Servus Leute, Itzaki hier. Willkommen zum Stream. Jetzt muss ich mal schauen, ob mein Mikrofon... Ja, es scheint überhaupt. Jetzt hab ich mir gedacht, jetzt beeile ich mich, dass ich heute mal ein bisschen früher bin. Weil sonst bin ich immer ein paar Minuten später. Ich hoffe, euch geht's gut, meine Lieben. Herzlich willkommen. Willkommen in einer neuen Woche. Ich hoffe, ihr habt einen super Start gehabt. Und euch geht's soweit ganz gut. Ja, was gibt's zum Erzählen, Leute? Ich mein, ich hab's in Titel stehen, ich hab's auf Insta angekündigt und so weiter. Um was geht's? Ich hab einen neuen Partner, Leute. Ich hab einen neuen Partner. Ich zeig euch mal die Seite. Nämlich lautet diese Firma und mein neuer Partner FX Lights ist eine kleine Firma, zwei Mann Betrieb in Deutschland, die individuelle Schilder machen. Individuelle LED Schilder. Ultra spannend eigentlich. Für jeden Gaming Room, für jeden Influencer, Streamer oder was weiß ich was, könnte das wirklich interessant sein. Das zu fairen Preisen, wie ich finde. Und was halt so sympathisch war, ich hab dann auch mit ihnen telefoniert oder mit einem von den Zweien telefoniert. Die machen das Ganze in der Garage. So, die machen das wirklich händisch, sozusagen. Da ist kein riesen Konzern dahinter und irgendwie automatisierte, weiß ich, keine Produktion dahinter, sondern die machen das wirklich. Die setzen sich hin, machen dieses ganze Logo, bereiten das so vor, dass es eben gedruckt werden kann oder schreiben das auf und wie auch immer, ja. Und ja, was hat mich jetzt so krass interessiert? Ihr könnt euch das vorstellen. Mit dem Drachen. Das muss mega geil ausschauen. Also, die machen auch wirklich diese Logos jetzt seit Neuestem. Ihr seht jetzt da hinten eine weiße Wand. Das Ding ist 60x40 hoch. Also, ja. Wir werden schauen, dass es irgendwann einmal größer geht. Weil ich hätte gern so ein richtig fett... Aber ja, okay, wir fangen mal klein an. Und ja. Schauen wir noch kurz durch den Shop, was die noch haben. Das Schild ist natürlich das eine. Da haben wir noch, ne, Playstation, so RGB-Schilder. So eine Kallax-Komplettbeleuchtung. Bieten sie halt an. Extra angepasst sozusagen auf das. Das Geile ist, die verwenden... Wir haben erst darüber geredet. Die verwenden halt nicht die handelsüblichen LED-Streifen, die man halt so kennt. Sondern halt wirklich, nämlich LED-Leisten, die man ansteuern kann. Speziell. Und zum Beispiel, was wir machen könnten, ist die Alerts darüber zu steuern. Das heißt, das kann man alles verbinden und mit Switch-Integration starten. Das heißt, theoretisch könnte ich Commands machen. Ihr könntet das mit Kanalpunkten machen. Da kann man die Farbe ändern dann. Das funktioniert echt gut. Und wäre eine Möglichkeit, was man alles machen kann mit diesem Schild oder je nachdem, was man sich dort kauft. Also das finde ich schon mal extrem spannend. Also die gehen halt wirklich so ein bisschen auch auf die Streamer-Ebene. Und ja, ist sicher cool, wenn man hinten so ein Schild hängen hat, was dann irgendwie anfängt zum Blinken, wenn ein Follow reinkommt, ein Sub reinkommt. Oder man sich das einfach die Farbe aussuchen kann. Und man kann eben sein eigenes Design erstellen. Was logisch ist, bei diesem Logo-Light, was ich auch machen werde, das werden wir auch jetzt gemeinsam bestellen. Das mache ich noch. Weil ihr kriegt natürlich auch einen Rabatt-Code, falls ihr mal sowas machen wollt. Ich werde es mit denen reden. Und ich habe echt Bock. Ich habe echt Bock auf, könnt ihr euch das vorstellen, so wie die Game-Over-Leuchte da hinten. Ich habe echt Bock, so wie das Game-Over-Ding da. So eine kleine Leuchte zu machen, auch mit dem Logo, was ich dann auch so ein bisschen verlosen kann. Also auf das hätte ich auch Bock. Da muss man nur schauen, dass man genügend Stück zusammenbekommt, weil die natürlich das alles anfertigen müssen. Habe ich mega Bock drauf. Und man kann bei der Produktgestaltung dabei sein. Natürlich, wenn sich das verkaufen lässt dann auch. Also die wollen natürlich auch was verbinden. Dann gibt es so Namen, so Namensschildern. So Holo-Schilder mit Namen. Also irgendwie so reingefräst wird das vermutlich. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. Und dann auch so, also alles 3D und dann 2D. Finde ich extrem cool, extrem spannend. Und das werden wir sich auch gleich anschauen. Und da nochmal offiziell. Ich bin zwar jetzt noch ganz unten. Da werden wir uns hocharbeiten, Leute, gemeinsam. Da muss man jetzt noch ein bisschen, da sind die anderen Partner. Zack, 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 zack. Ja, da unten in der letzten Reihe, da ist er. Ein schöner Bub ist er. Ein schöner Bub ist er. Da steht er. Zack, da haben wir es. Wie gesagt, wir haben einen Rabattcode für alle anderen auch. Das sind 10%. Wir müssen uns Folgendes vorstellen natürlich. Die sind ganz frisch zu Beginn. Ja, das sind zwei Männer, die das in der Garage noch hinten machen. Ich bin echt gespannt auf die Qualität, wenn da mal so ein Teil dann da ist. Also ich werde das auch fair bewerten. Im Vergleich jetzt so Sachen, was man bei Amazon bestellen kann und so. Die können jetzt auch keine 50% Rabatte raushauen. Das ist auch, glaube ich, logisch. Oder ich meine, da können wir einfach den Menschenverstand so ein bisschen spielen lassen. Und genau. Und wir werden jetzt da, also Zocky10 ist auf jeden Fall der Rabattcode. Ich werde da noch ein Command machen und ein Pendeln und so weiter. Ich wollte das einfach nur nicht so ein bisschen leaken. Deshalb habe ich das jetzt noch nicht vorbereitet. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, ob dieser Code geht. Oha, das Holo fühle ich mit Krise TV. Können wir alles machen. Können wir alles machen. Also theoretisch sollte euch das wirklich interessieren. Wir schauen uns gleich die Preise auch an. Die Preise sind fair, muss ich sagen. Die sind jetzt nicht, sind keine Wischpreise. Das muss man auch dazu sagen, weil das ist handgemacht und so. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Schild, was man bei Wisch bestellt um 10 Euro. Zur Qualität muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich noch nichts sagen. Aber wir werden es sehen. Stehen da die Preise? Da können wir kurz die Preise vorher anschauen. Also jetzt zum Beispiel so ein Holo-Schild, 60 mal 20, 60 Euro. 60 Euro. Wobei man sagen muss, Leute, bevor jetzt kommt, 60 Euro. Wenn man die LED-Leiste wegrechnet, wenn man die extra kauft, die jetzt so zwischen 10 und 20 Euro vermutlich kostet. Ja, also viel bleibt da auch nicht über für dieses Schild, für das handgemachte. Also, ich sag LED, ist mir scheißegal. Weißt du, wie viele das sagen? LED. Ich sag LED, ist mir egal. Schnapper? Ja, schnapper, schnapper ist es auch nicht. Also, da muss man ja schon, ne? Schnapper ist es auch nicht, aber es ist fair. Es geht. Es ist nicht überteuert, aber es ist fair. Wir werden uns jetzt dieses Teil hier bestellen. Das kostet schon 160 Euro. Ist auch logisch, vermutlich, warum das so viel kostet. Ganz einfach, das müssen sie halt auch wirklich drucken und schneiden und zusammenstellen. Also von daher, schauen wir mal, Mathematiker unter euch, 160 minus 10% müssten theoretisch dann 144 sein. Right? Right? Yes. Five-Head. Na, minus 16 Euro. Ja, habe ich ja, ich habe es ja schon im Kopf ausgerechnet. So, add image. Wait, add image. So, logo, äh, originale. I have the rights to use the image. Ja, natürlich, müssen wir machen. So, das Ganze ist natürlich so halbwegs mittig. So, dann, 159, Lieferung erfolgt innerhalb von 7 bis 30 Werktagen. Ja, ich sage jetzt mal, normale Lieferzeit für sowas Handgemachtes. Dein Logo in 3D-Kontur geschnitten, 16 Millionen Farben, 160 Effekte. Also, da geht es um die LED. Um die LED-Leiste. Welche Klugscheißer da draußen. Und, jo, lade uns die Ding zack zack in den Warenkorb. Rein damit. Zur Kasse. Warenkorb anzeigen. Gutscheincode anwenden. Finally. Schauen wir mal. Das wäre jetzt richtig peinlich, wenn der nicht funktionieren würde, oder? So, die 10. Gutschein anwenden. Bam. Minus 16. Ist jetzt richtige, ist jetzt richtige Mathematik-Genies. So. Wir machen jetzt einfach Login-Überspringen. Weil jetzt muss ich eh meine Adresse und so weiter angeben. Das muss ich jetzt nicht unbedingt im Stream machen. Das heißt, na, wird auf jeden Fall bestellt. Und, ja. Habe ich Bock drauf. Habe ich Bock drauf. Ich freue mich drauf. Ich bin echt gespannt, wenn ich das auspacke. Ui, ui, ui. Ich bete, ich bete so, dass die Qualität so geil ist, dass ich einfach nur Wow sagen kann. Einfach nur Wow. Ich bin echt so geil ist. was ist?